Hallo, ich begrüße euch zu meinem Einrad-Blog Tag 1. Hier ist es, unbenutzt. Jetzt werde ich mal schauen, wie talentiert ich bin. Also erstens ist es ganz schön warm und zweitens ist irgendwie meine Hose zu dünnen oder ich habe keinen passenden Schützer besorgt. Auf jeden Fall ist es etwas unangenehm. Es ist echt anstrengend, ziemlich schwierig und meine Weichteile tun mir weh. Ich weiß nicht, ob man das eben gesehen hat. So, das war es erstmal von Tag 1 und die ersten 10 Minuten von meinem Einrad-Blog. Ich recherchiere jetzt erstmal im Internet, wie man sich da als Mann am besten schützt. So, immer noch Tag 1 meines Einrad-Blogs. Nach meinem letzten Unfall habe ich mir jetzt eine Fahrradhose drunter gezogen und folglich nochmal einen Helm und Fahrradhandschuhe. Genau, und jetzt versuche ich es nochmal. Ich bin hier in das Merk-Schulgelände eingestiegen. Ich hoffe, dass das in Ordnung geht. Also was ich glaube ich noch öfters falsch mache ist, dass ich mich beide Füße gleichmäßig belaste. Wenn ich auf dem unteren Fuß stehe, mit dem rechten Fuß bin ich hier oben und ich dann nach vorne treten will, dann drücke ich natürlich mit dem rechten Fuß hier nach vorne und ich entlaste den linken Fuß zu sehr. und dann stehe ich ja links nicht mehr, dann habe ich gar keine Stabilität mehr. Man muss dann irgendwie mit Spannung immer beides gleich belasten, glaube ich. Das war es mit meiner zweiten Session für den heutigen Tag. Ich hoffe ihr konntet was lernen. Ich nicht. Bis zum nächsten Mal.